Können wir das Denken stoppen? Können wir das Denken anhalten? Und können wir Ruhe im Denken finden? Dieser Gedanke allein schon entspringt dem Denken. Er macht sich auf die Suche nach einer Lösung für das Problem, das es gefunden hat, und zwar des Denkens, und sucht nun draußen in der Welt oder auch in uns irgendeine Lösung, an die er sich klammern kann, mit der er arbeiten kann, damit das Denken, also das Problem, was er gefunden hat, aufhört. Er macht sich auf die Suche, geht rum, schaut dort, schaut dort, wird dabei ganz hektisch, weil es nichts findet, oder es findet was, versucht es zu greifen, hat es vielleicht kurz in der Hand, es probiert, es klappt vielleicht auch mal ein bisschen, und dann zerrinnt es wieder, und es macht sich wieder weiter auf der Suche, weil es nicht angekommen ist. Es braucht immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. Das ist die Grundstruktur des Denkens selbst. Deswegen können wir unser Denken nicht mit dem Denken lösen, weil das Denken selbst die Ursache des Problems unserer geistigen Unruhe ist. Wenn du also merkst, dass dein Denken sehr wild, sehr chaotisch, sehr unstrukturiert und wirr wird, dann kannst du das nicht mit einem weiteren Gedanken lösen. Du kannst nicht das System selber lösen, aus dem System heraus, was das Problem eigentlich erst verursacht. Deswegen wirst du, wenn du den Gedanken hast, wie kann ich mein Denken stoppen, wie kann ich meine Gedanken anhalten, nicht über das Denken dorthin kommen. Und das ist der erste wichtige Punkt, wo Meditation ansetzt, um dort eine kleine Lücke, einen kleinen Raum entstehen zu lassen, sodass du nicht mehr nur noch meinst, du bist dein Denken, dass du nicht mehr das Gefühl hast, Denken und du, ihr seid eins. Im Normalfall ist es so, dass, wenn wir das nicht gewohnt sind, dass wir das Gefühl haben, dass die Stimme im Kopf, die uns etwas erzählt und der, der zuhört, ein und dasselbe sind. Wir sitzen sozusagen mit unserem Fokus, wie beim Kameraobjektiv, ganz nah dran. Sagen wir mal in etwa so, ja. Und wir sehen eigentlich vielleicht sogar noch näher. Wir sehen gar nichts links und rechts hier. Da sehen wir überhaupt nichts, weil das Denken und ich, wir sind eins. Die Stimme in meinem Kopf, die mir etwas erzählt, und der, der dieser Stimme zuhört, ist ein und dasselbe. Wenn ich jetzt dort anfange und sage, ich verlasse mein Denken, geht das gar nicht. Weil das Denken denkt sich wie, wie soll ich mich verlassen? Das funktioniert überhaupt nicht. Deswegen, da kriegst du schon das erste Gespür, dass du die Lösung nicht aus dem Denken findest, weil das Denken will denken. Das Denken will Probleme lösen. Das Denken braucht Probleme, damit es diese lösen kann. Es will immer wissen, wie es geht. Es will immer irgendwie sich beschäftigen. Und genau das sorgt für diese Unruhe. Und wenn wir diese Unruhe spüren und in diesem Denken so krass verhaftet sind, dass Denken und ich eins sind, dann merken wir das nicht, dass das Denken die Unruhe verursacht, sondern wir glauben dem, was es sagt. Und zwar, es sagt uns, oh, da ist Unruhe. Wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und dann macht es sich auf und erzeugt noch mehr Unruhe. Das heißt, auf einem ruhigen See merken wir gar nicht, wie ein Gedanke schon für kleine Wellen sorgt, wie so, wenn man einen Stein in den See schmeißt, sondern wir merken erst die Unruhe und denken dann, wir müssen sie lösen. Und dadurch schmeißen wir noch mehr Steine rein, weil jeder Gedanke ein weiterer Stein ist, der den See zur Unruhe bringt. Nun ist also die Frage, wie können wir denn da Ruhe reinbringen in das System? Was sind wir denn vielleicht noch, wenn nicht unsere Gedanken? Wie kommen wir überhaupt dorthin? Wie können wir so ein bisschen den Abstand von unserem Fokus so ein bisschen mehr in die Weite bringen, sodass Denken und der, der das Denken wahrnimmt, so ein kleines bisschen getrennt werden. Das setzt Meditation an. Da können wir wirklich mit Atembeobachtung und mit grundsätzlicher Beobachtung oder auch Gedankenbeobachtung einfach auch mal nur da sitzen, in der Stille zu sein und das Ganze wahrzunehmen, können wir da ein bisschen mehr Raum schaffen, um mitzukriegen, dass diese Gedanken eben in uns geschehen, aber nicht wir sind. So, und dann merken wir, wie es uns schnell wieder dahin zurückzieht, dass wir vielleicht am Anfang, wir sitzen dann in der Meditation da und entspannen uns und beobachten unseren Atem. Das ist auch schon mal ganz gut. Kommen ein bisschen zur Ruhe und nutzen die Meditation, um von diesen Gedanken, die wir hier haben, wegzukommen. Wir wollen die Gedanken nicht mehr haben und versuchen sie beiseite zu schieben und bleiben dann in unserer Atembeobachtung. Ja, das ist gut. Hier in diesem sicheren Raum muss ich meine Gedanken nicht spüren. Und wenn ich dann aufwache, sind die wieder da und meistens auch wieder ganz weit vorn. Also versuchen wir eigentlich mit der Meditation nur diese Gedanken beiseite zu schieben, um mal einen kleinen Moment der Ruhe zu haben. Das funktioniert auch ganz gut, wenn wir uns besonders anstrengen, besonders stark konzentriert sind, funktioniert das. Da setzt aber Meditation im Grunde nicht an, weil wir wollen die Gedanken drin haben. Wir wollen sie von vorn, von der Verklebung mit uns lösen, noch weiter weg und dann irgendwann sogar den Raum, um die Gedanken drumherum zu erkennen. Und wenn wir uns dazu aufmachen, das zu erfahren, dann merken wir wirklich, wo es uns festhält, wo die Gedanken uns immer wieder ziehen zu sich selbst. Genau an dem Punkt auch, wenn wir dann wirklich die Gedanken nicht mehr wegschieben, sondern versuchen zu beobachten und uns davon zu trennen, dann fangen sie an und erzählen uns Sachen, dass wir doch nicht aufhören könnten zu denken, dass wir doch unser Leben nicht mehr unter Kontrolle haben können, dass das doch auch nicht die Lösung ist. Wir können doch uns nicht einfach vor den Gedanken verstecken, verschließen, vor den Problemen in unserem Leben einfach wegsehen. All dieses Blabla kommt, um uns wieder in die Welt der Gedanken zu ziehen, wieder dabei zu sein, die Probleme zu lösen und das wäre der, also laut unseren Gedanken wäre das der einzige Grund, wie wir überhaupt zur Ruhe und Frieden kommen und zwar indem wir alles gelöst haben, was es an Problemen gibt, an Aufgaben, die uns unser Kopf stellt. Und es ist so ernst, das ist aber auch so wahr, so scheint es uns. Es ist wirklich so, als hätte unser Kopf recht, wenn er sagt, schau dorthin, da ist ein Problem, das musst du lösen. Wenn du das nicht löst, dann kannst du dich ruhig verschließen vor den Gedanken und vor dem Problem, aber dann machst du dir nur was vor und am Ende wird es auch nicht besser und es wird es auch nicht, wenn wir unsere Gedanken wegschieben und uns für immer 10 Minuten auf unseren Atem konzentrieren, aufwachen, und dann sind die Probleme wieder da, vielleicht sogar noch schlimmer und dann sagen unsere Gedanken, siehst du, es wird nicht besser, Meditation bringt nichts, du musst das schon lösen, du musst das schon anpacken. Und das macht es richtig, richtig anstrengend, weil wir dann gefangen sind in dem, was wir uns selber erzählen und überhaupt nicht merken, was das eigentlich für ein Quatsch ist, was das auch unsere eigene Freiheit kostet, die Freiheit, nicht mehr in uns selbst gefangen zu sein, nicht mehr in unseren Meinungen und Glaubenssätzen und natürlich auch nicht in der Gefangenschaft zu sein, diese Welt kontrollieren zu müssen. Und wenn wir dann an diesem Punkt nämlich bleiben und diesen Gedanken nicht mehr folgen und auch nicht mehr wegdrängen, dann wird es erstmal ein bisschen ungemütlich, weil die ziehen und ziehen und ziehen und dann heißt es wirklich, dabei zu bleiben und sich zu entspannen, die Geschichten zu hören, die Gefühle dabei zu fühlen, immer ruhiger zu werden innerlich, sich immer mehr zurücklehnen, von dem Fokus von immer mehr wegdrehen. Wenn die Gedanken vorher so waren, immer mehr nach hinten entspannen, austreten, das Ganze beobachten, wirklich an der Stelle mit den Gedanken zu sitzen und zu beobachten. Ein Gespür dafür zu bekommen, wie sie uns hinziehen, wegziehen, überreden wollen, was sie für Einwände, für Überzeugungen haben. Und irgendwann kriegen wir mehr Abstand. Gedanken gehen immer weiter weg. Und auch der Gedanke, ich möchte jetzt irgendwas machen oder irgendwie, es ist schön so oder selbst der Gedanke, meine Gedanken sind falsch, ist auch nur ein Gedanke. Jeder Gedanke ist ein Hinweis darauf, dass du auf dem falschen Weg bist, sag ich mal. Je mehr Gedanken du in dir wahrnimmst, die mit Ich und Schau mal und sowas zu tun haben, rutscht einfach mit vor in den Beobachtungskreis. Und du weitest dich mit jedem Gedanken, den du von dir trennst und von dir wegbringst, automatisch weiter um, also weiter aus. Viel weiter aus. Und irgendwann sind die Gedanken so weit, also wenn wir jetzt mal sagen, die Gedanken waren vorher so nah an dir dran und sie rutschen weiter hinter und auch der nächste Gedanke kommt und rutscht weiter hinter. Irgendwann ist es so, dass du merkst, wow, guck mal, hier ist so viel Raum drumherum. Das war vorher überhaupt nicht ersichtlich. Da hast du überhaupt gar keinen Raum gesehen. Irgendwann ist der Fokus zwar immer noch auf dem Gedanken, aber der Raum drumherum wird langsam ersichtlich. er ist noch ganz unscharf. Und je mehr du dich von deinen Gedanken distanzierst, indem du sie einfach nur beobachtest und jeden Gedanken immer wieder beobachtest, jeder, der kommt, auch nicht mal dich beschäftigt, es ist kein Beobacht, na, wo macht der, was tut der, so, es ist einfach nur ein Dasein lassen. Einfach nur ein Dasein lassen. Jeder Gedanke, lässt du da sein und dann kriegst du langsam ein Gespür für diesen noch unscharfen Hintergrund und dann kannst du irgendwann überlegen oder feststellen, warum gucke ich eigentlich noch auf die Gedanken, warum gucke ich nicht auf den Hintergrund und auf einmal wird der Hintergrund scharf und die Gedanken werden unscharf. Das ist dann, kennen wir das so vom Kameraobjektiv, wenn ich das ganz nah anzoome, wird hinten alles unscharf und wenn ich den Hintergrund anzoome, also feststelle, dann wird der Vordergrund ganz unscharf und so ist das dann auch, dass du den Hintergrund, den Raum fokussierst, dort diesen scharf stellst und die Gedanken sind dann immer noch da, aber sie sind unscharf, sie sind überhaupt nicht mehr so spektakulär, nicht mehr so wichtig und da wirst du die Ruhe feststellen. Und zwar nicht die Ruhe von der Abwesenheit der Gedanken, sondern die Ruhe durch die Trennung der Identifikation von dem, was du dachtest, dass du die Gedanken bist, dass die Gedanken, die du hörst und der, der zuhört, ein und dasselbe sind. Und wenn diese Trennung geschehen ist, dann wirst du merken, die Stimme, die du, ja, der du zuhörst, ist irgendwo in diesem großen Raum. Aber der, der zuhört, ist dieser große Raum. Und aus dieser Ruhe, aus dieser Einsicht auch heraus, sich an ein Problem zu setzen, eine Aufgabe zu lösen, den Alltag zu meistern, die ganze Zeit viel mehr Ruhe, viel mehr Klarheit und Fokus, weniger Ablenkung und auch ein kleines bisschen mehr Frieden, Freude, Entspannung. Und du findest auch immer wieder leichter dorthin zurück. und bist die ganze Zeit wie verbunden damit. Auch im Hektischen. Dann brauchst du nicht mehr die Gedanken wegschieben, um Ruhe zu haben, sondern in der Unruhe ist die ganze Zeit diese Ruhe da. Das kann man mit Meditation üben. Was dann in diesem Raum noch alles möglich ist, ist eine weitere Geschichte. Aber erst mal Trennung von den Gedanken, Fokus in den Raum bringen und diesen Raum spüren.